Larynx-Tubus in entsprechender Größe Larynx-Tubus-Kaffspritze Gleitflüssigkeit oder Gleitgel Beatmungsbeutel Fixierung für den Tubus Bei Bedarf Absaugkatheter Universalsackerl bzw. Urinbeutel Absaugeinheit Der Larynx-Tubus wird während der Herzdruckmassage nach dem ersten Defibrillationsversuch eingesetzt. Mit dem Larynx-Tubus soll die Beatmung im Fall eines Atem-Kreislauf-Stillstandes beim Erwachsenen ermöglicht werden. Der Larynx-Tubus ist ein Einmalprodukt und die Verpackung wird unmittelbar vor der Verwendung geöffnet. Es ist die, für den Patienten geeignete Größe zu wählen. Die Auswahl der Größe erfolgt durch Einschätzung der Körpergröße. Vor dem Einsatz kann der LTS-D außen mit Gleitflüssigkeit bzw. Kochsalzlösung bzw. Gleitgel befeuchtet werden. Der Kopf des Patienten wird in Neutralposition gebracht und mit der freien Hand der Mund geöffnet und das Kinn angehoben. Dabei kann die Zunge mit dem Daumen gehalten werden. Alternativ kann zum Beispiel der Kreuzgriff verwendet werden. Der Larynx-Tubus wird mit der Spitze am harten Gaumen entlang eingeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zunge nicht nach hinten gedrückt wird. Der Larynx-Tubus wird vorsichtig vorgeschoben. Den LTS-D vorsichtig bis zur oberen Zahnmarkierung vorschieben. Diese soll auf der Höhe der oberen Schneidezähne liegen. Der Larynx-Tubus wird anschließend über die beigepackte Kaffspritze mit der notwendigen Luftmenge entsprechend der Farbkodierung geblockt. Während dem Kaffn darf der Larynx-Tubus vom Sanitäter nicht gehalten werden. Nach der Positionierung wird der Beatmungsbeutel an den Larynx-Tubus angeschlossen und eine Beatmung durchgeführt. Die Korrektheit der Beatmung wird über Sichtkontrolle festgestellt. Dafür muss die Herzdruckmassage kurz unterbrochen werden. Ist der Larynx-Tubus in der korrekten Position und eine Beatmung möglich, dann ist der Larynx-Tubus so bald wie möglich zu fixieren. Falls keine korrekte Beatmung möglich ist, bzw. der Larynx-Tubus zu tief eingeführt wurde, kann der Tubus mit belüfteten Kaffs innerhalb der drei Zahnmarkierungen zurückgezogen werden. Anschließend erfolgt eine neuerliche Probebeatmung. Die Herzdruckmassage soll während des Zurückziehens fortgesetzt werden. Ist die neuerliche Probebeatmung ebenfalls nicht korrekt, wird der Larynx-Tubus entfernt und ein neuerlicher Versuch gestartet. Wenn Flüssigkeiten aus dem Drainagekanal kommen, kann dieser mit einem passenden Absaugkatheter abgesaugt werden. Bei Bedarf kann ein Absaugkatheter belassen werden und an diesen ein Universalsackerl bzw. ein Urinbeutel angehängt werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020